Also Allah subhanahu wa ta'ala, ob er spricht oder nicht spricht, subhanallah, wie viele Ayat im Quran willst du denn hören, dass Allah subhanahu wa ta'ala sprechen kann? Und wenn Allah azza wa ta'ala spricht, wie bezeichnest du sein Wort? Auch, dass man die Thematik ein bisschen auch versteht, wenn du sagen würdest, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allahs Worte azza wa jalla erschaffen sind und keine Geschöpfe, dass sie erschaffen sind, also Geschöpfe sind von ihm subhanahu wa ta'ala. Wie kannst du dann zum Beispiel bei den Worten Allahs Zuflucht suchen? Wie kannst du dann sagen, Das heißt, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, das er erschaffen hat. Das ist ein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wie kannst du jemandem im Quran vorlesen, dass er dadurch beschützt wird? Durch dieses Geschöpf, ein Geschöpfschutz. Wir suchen einen Schutz bei Allah, tabarakat wa ta'ala. Dann, wenn Allah azza wa jalla etwas erschaffen will, was sagt er denn, wenn er etwas erschaffen will? Was sagt er im Quran al-Karim? Er sagt kun, kun, feia kun, sei und dann ist es. Diese Worte, sei, dann ist es. Diese Worte, wenn das erschaffene Worte sind, wie erschafft er die? Durch sei und dann ist es. Und dieses sei und dieses ist auch erschaffen. Wie erschafft er dies? Nein, das ist wirklich vom logischen Standpunkt her. Allah subhanahu wa ta'ala, die Worte sind nicht erschaffen. Seine Worte sind ewige Worte. Und wenn er etwas erschaffen will, dann auch im Quran al-Karim, wenn du schaust, Allah, tabarakat, nicht aufnehmen, bitte. Sag Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim, was hat er gesagt? Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran gelehrt. Nicht erschaffen, gelehrt. Und danach sagt er, den Menschen hat er erschaffen. Khalaq al-Insan. Und das findest du im Quran, wie gesagt, an mehr als einer Stelle, dass er subhanahu wa ta'ala, die einen niemals das Wort erschaffen gebraucht hat, in Bezug auf den Quran. Quran ist was? Ansala. Er hat den Harap gesagt. Über seine Worte spricht er, dass er sie spricht. Allah hat mit Moses ohne Vermittler gesprochen, direkt gesprochen. Diese Sache zieht sich durch den Quran durch. Du findest im Quran keine Aussage, die sagt, ein deutlicher Quran ist, ein Geschöpf Gottes oder ähnliches. Nein. Du findest allgemeine Aussagen, wo du denken könntest, es passt darunter. Allah ist der Schöpfer von allen Dingen. Aber wenn du den Quran reinpackst, warum packst du nicht Allah selbst rein? Ist Allah etwas oder nichts? Versteht ihr? Deswegen, es geht, wie heißt es, diese Aussage beinhaltet natürlich alles erschaffen. Alles erschaffen. Allah ist davon der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Naja, auf jeden Fall, diese Thematik und den Ahl-Sünnel-Jama'ah gilt gemäß Ijma'ah, dass der Quran die Worte Allah hat. Deswegen sagt Imam Ahmad, rahimahullah, wa ta'ala, der Quran, würde die Ahl-Sünnel sagen, der Quran kommt von Allah und kehrt auch zu Allah wieder zurück. Wir glauben, Allah subhanahu wa ta'ala redet und man kann seine Rede hören, wenn er will, dass man sie hört. Genauso wie Musa, alayhi wa sallam, Allah gehört hat. Und die Sache ist ganz einfach, nicht kompliziert. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala, mit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, direkt gesprochen hat. Wir glauben daran, die Sache ist erledigt. Aber die Asha'irah, die sagen nein. Die sagen, das, was wir heute haben, ist ein Geschöpf Allahs und dieses Geschöpf deutet auf die Bedeutung hin, die Allah subhanahu wa ta'ala bei sich hat. Sie sagen nicht mal, dass er spricht, in dem Sinne, wie wir sprechen. Wenn du sie fragen würdest, spricht Allah? Sie sagen, ja, er spricht. Aber wenn du sie fragst, was meinst du damit im Sprechen, dann sagen sie, ich meine damit sein inneres Gerede, das heißt, seine Gedanken. Sie sind das Kalam Nafsi. Und deswegen muss man aufpassen, wenn man sagt, die Asha'irah glauben an sieben Eigenschaften, alle anderen treten sie um, ist nicht ganz sauber. Weil eigentlich glauben sie an diese Eigenschaft, der Rede Allahs, also nicht so wie die Ahle subhanahu wa ta'ala. Wir sind sehr einfach, also wir sind nicht kompliziert in diesen Sachen, deswegen, unser Aqiyah ist einfach. Wir glauben es so, wie es im Koran steht, Allah sagt, dass er Moses gerufen hat und die Ulema haben alle darunter verstanden, wenn Allah jemanden ruft oder Allah mit jemandem redet, dann heißt es, dass sie hier die Stimme Allahs, asza wa jall, gehört haben. Und diese Stimme besteht aus Buchstaben und aus Tönen. So einfach, weil das ist das, was sich zwingend daraus ergibt. Das ist das, was beinhaltet. Das ist nicht mal eine Interpretation des Ganzen. إذ ناداه ربه بالواد المقدسي طوى als sein Herr ihn im heiligen Tal طوى rief. Dieses Rufen im Arabischen bedeutet, Musa hat ihn gehört. Wenn du was anderes sagst, dann hat das mit der arabischen Sprache nichts mehr zu tun. Und vor allem ist der Koran, der Karim wäre dann, Gott bewahre, kein Buch der Rechtsleitung. Also wenn Allah etwas sagt und ich verstehe daraus etwas, was Kuffer ist, obwohl das die arabische Sprache so hergibt, dann würde ich mich fragen, warum hat er es dann so ausgedrückt? Hat er dann nicht irgendetwas anderes gesagt? Weil das ist, für die Ahle Sunnah Jemaah ist die Sache sehr, sehr eindeutig und diese Aussagen sind Kuffer. Das heißt nicht, dass die Asha'ara Kuffar sind, aber diese Aussagen, die sie treffen, dass sie sagen, der Koran, den wir heutzutage bei uns haben, ist ein Geschöpf Allahs, das ist Kuffer. Wenn jemand behauptet, Allah subhanahu wa ta'ala würde vermenschlicht werden, wenn man sagt, er spricht, dann gibt es verschiedene Arten darauf zu antworten. Die eine ist, zu sagen, wenn das falsch wäre, hätte Allah das nicht so gesagt. Das ist die einfachste Sache. Die zweite Sache ist, dass man schaut, glaubt er denn selbst an andere Eigenschaften Allahs, dann kann man mit ihm das gleiche Spiel machen. Tama? Weil du kannst ihm dann sagen, okay, glaubst du, dass Allah hören kann? Sagt ja, wenn er kein Jahmi ist. Sagt, wenn er zu den Asha'ara gehört, wenn er zu den Mu'tazira wird, wahrscheinlich sagen ja, dann sagst du ihm, okay, wenn er hören kann, dann ist es auch eine Art Vermenschenung, weil der Mensch kann auch hören. Das wäre ein zweiter Knockout, sage ich mal, weil es am besten, wenn du immer argumentierst mit einer Sache, mit der er auch einverstanden ist.